Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 734 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Meine Haare brauchen viel Pflege, damit sie immer gut aussehen. Meine Haare brauchen viel Pflege, damit sie immer gut aussehen. Den Abend verbrachten wir am Lagerfeuer vor unserem Wohnwagen. Den Abend verbrachten wir am Lagerfeuer vor unserem Wohnwagen. Wärmedämmung ist wichtig. Es gibt unterschiedliche Dämmstoffe. Wärmedämmung ist wichtig. Es gibt unterschiedliche Dämmstoffe. Wärmedämmung ist wichtig. Es gibt unterschiedliche Dämmstoffe. Es ist 5 vor 12. Wir müssen jetzt endlich etwas tun. Es ist 5 vor 12. Wir müssen jetzt endlich etwas tun. Angelina ist frühmorgens in einem Kaffee und beginnt ihre Arbeit als Freiberuflerin. Angelina ist frühmorgens in einem Kaffee und beginnt ihre Arbeit als Freiberuflerin. Ich kann noch nicht lesen, aber ich schaue mir die Bilder an. Ich kann noch nicht lesen, aber ich schaue mir die Bilder an. Alles ist gut vorbereitet für Halloween. Alles ist gut vorbereitet für Halloween. Alles ist gut vorbereitet für Halloween. Es ist höchste Zeit, dass wir alle etwas für unseren Planeten tun. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Dort drüben sind Treppen, die wir bisher noch nicht gelaufen sind. Dort drüben sind Treppen, die wir bisher noch nicht gelaufen sind. Jetzt ist der Apfelkuchen fertig. Ich nehme ihn aus dem Backofen. Jetzt ist der Apfelkuchen fertig. Ich nehme ihn aus dem Backofen. Jetzt ist der Apfelkuchen fertig. Ich nehme ihn aus dem Backofen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht reden. Mein Hund läuft fast immer ohne Leine, kommt ein Auto, bleiben wir kurz stehen. Mein Hund läuft fast immer ohne Leine, kommt ein Auto, bleiben wir kurz stehen. Ich bin froh, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Das erspart mir lange Arbeitswege. Ich bin froh, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Das erspart mir lange Arbeitswege. Ich bin froh, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Das erspart mir lange Arbeitswege. Ich schreibe meine Ideen sofort auf diese Tafel, damit ich sie nicht vergesse. Ich schreibe meine Ideen sofort auf diese Tafel, damit ich sie nicht vergesse. Ich schreibe meine Ideen sofort auf diese Tafel, damit ich sie nicht vergesse. Ich schreibe wichtige Gedanken in ein Notizbuch, damit ich sie nicht vergesse. Ich schreibe wichtige Gedanken in ein Notizbuch, damit ich sie nicht vergesse. Ich schreibe wichtige Gedanken in ein Notizbuch, damit ich sie nicht vergesse. Bald werden die Sonnenblumen größer sein als ich. Bald werden die Sonnenblumen größer sein als ich. Bald werden die Sonnenblumen größer sein als ich. Steht mir der Hut? Soll ich ihn kaufen? Er ist nicht billig. Steht mir der Hut? Soll ich ihn kaufen? Er ist nicht billig. Steht mir der Hut? Soll ich ihn kaufen? Er ist nicht billig. Ich habe mir alles notiert. Dürfen wir die Ware morgen Vormittag liefern? Ich muss mich vor dieser Übung wirklich konzentrieren, damit es funktioniert. Ich muss mich vor dieser Übung wirklich konzentrieren, damit es funktioniert. Ich muss mich vor dieser Übung wirklich konzentrieren, damit es funktioniert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich muss mich vor dieser Übung machen, damit es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Alles gut! und dann. Untertitelung des ZDF, 2020